Schade, hier gibt es keine Backpacks. Nee. Schade, schade. Das ist schon ganz cool gewesen. Warum? Dallum. Dallum ist keine Antwort. Dallum? Dallum ist keine Antwort. Das andere ist Dallu-Card. Nein. Ja. Ich weiß. Geboren und lebe dafür. Als Spinner. Oh, noch mehr Chips. Das Schlimme ist auf der Verpackung steht glutenfrei am Arsch. Da ist genug Gluten noch drin. Irgendwie ein Wüxer. Ja. Heute. Da ist meistens nichts drin, was draufsteht. Egal. Dallum, Dallum, Chips. Bin ich eigentlich dumm oder so gerade gewesen? Ja. Ich wollte keine Bricks herstellen. Ich wollte Clay herstellen. Was mache ich mit den Bricks? Ich verbrenne sie erst mal. Ich hab dich gehauen. Nee, weil du so blöd warst, meine ich, deswegen hab ich halt gelacht. Ich kann ja so dumm sein. Ich muss jetzt nicht nochmal verbrennen. Naja, das war auch mal. Und rein mit dir. Ich muss jetzt was herstellen. Ich glaube, das ist das. Das ist das. hey die vier labatecks sind fast voll cheater hm cheater hä cheater also jetzt habe ich das verstanden krieger ja schnauze das nun dann jetzt schicken aufhängen herrn meine egal das ist meine jahre ist egal was damit ist ja gut dass du noch wenigstens teils mit mir hallo ist mich jetzt verarschen dem eloise melder da teilst du wenigstens normalerweise wollte das gar nicht mehr da euch gerade jahre star es ist auch noch dunkel da da kann ich wörtlich warum kommen aber mein gott und an was hinstellen ich darf auch nicht im bett kommen bin ich dumm ich ein talent talent bolzen ich glaube bei mir wird auf das stehen geschrieben du hast talent zu jahres glaube ich dir so ungefähr steht das bei mir vor stehen genau ich kann dir noch bei mir ach ja Du wüsst es. Bärbel, komm her. Nicht anders. Klack. Ne. Was? Ne. Was denn? Insert. Insert. Effect. Was denn Energy-Cables? Ender, jo. Ne? Energy-Cables? Ender, jo. Ne. Damit. Mach ich gerade. Achso. Was mies auch ist, wenn du... ...ein Steg hast... ...und da drauf dann rennst. ...und... ...wenn du dann auszusehen mit einmal mit der Maustart ziehst... ...machst du echt einen Abflug nach unten. Ja. Dann heißt es auf Wiedersehen. Tschüss, alle Zins. Wie lange wir nehmen wir nur auf? Weiß er nicht. Sag zu meiner Folge. Ja. Wie lange sagt deine Folge? Müsst ihr ja fast gleich sein. Ich war 51. Mhm. Also... ...das sind auch nochmal 3... ...also 6 Stunden haben wir jetzt schon. Wenn ich sage, noch 5 Minuten, dann kann ich nochmal hier draus 3 Parts... ...müssten bei alle gleich was rauskommen. Ich muss mal langsam pennen. Ja. 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 Ja, aber wenn die... Hm? Äh. Äh. ...drei... 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 ...sind das? Hm. Dann nochmal 3, 2. Ja doch. Kommt hin. Ja ja. Ungefähr. Ungefähr. So ganz grob, so. Na gut, ich passe die Folgen dann hier wieder zurecht. Weiß ich. Zwie sag ich das ja gerade? Boah, irgendwann wird fast bei allen gleich sein. Boah, halt die Fresse, du scheiß Fledermost da unten drunter. Ich geh's mir ja voll auf den Zwirn. Ich würd da nämlich über Nacht hier stehen bleiben. Okay. Dass er mal hier ein bisschen automatisch Crabble macht. Beziehungs, dass Crabble sieht. Mhm. Na um geht's ja nicht. So ein bisschen. Ich glaub du brauchst ja nicht mal stehen bleiben. Warum? Ich glaub das ist egal. Äh, äh. Hm? Glauben nicht. Doch, ich glaub schon. Ich glaub ich muss auf dem Server bleiben dennoch. Ah, meine Musik ist ja egal. Weißt du was? Hm? Dann mach dir doch einfach einen Junkloader. Nein, ich werb hier einfach... Steh hier in den Game Mode, steh hier hin. Was meine du? Nein, ich weiß ja gar nicht, ob der selber auf Junkloader läuft. Ja. Ah. Das ist nur mit Monstern halt. Einfach die Ränder. Und laden morgen früh ein bisschen hoch. Ränderplannen haben wir in der Monsterkiste bei mir da. Egal, man guck. Mach doch einfach jetzt. So wie. Schiep, schiep, schiep. Oh, Absidien, ein Buch. Hm? Absidien, ein Buch. Zwei Diamanten, haben wir hier. Gold, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Irgendwann mit dem Unzuck ist eine Enderperle. Kann er das nicht in Ruhe? Fertig machen da. Dem sieben. Zwei, drei, vier, fünf. Nochmal. Er kann das jetzt in Ruhe über Nacht laufen. Laufen, dass es läuft mit Junkloader. Ja. Junkloader ist doch, wie gesagt, nur Monster. Da muss halt Spieler in der Nähe sein. Ein zu viel, zack. Junkloader. Und dann würde ich den hier oben hinstellen. So, Harvester-Ding und sowas. Erstmal. Schau, Laser. Nehmt er den ein. Gut. Neh, nur drei, ne. Drei. Dann machen wir auch vier. Ja, da kommt auch ein Strom dran. Dann wird das nämlich hoffentlich klappen hier. Ja. Dass es mal ein bisschen hier Gas gibt. Gas. Du weißt schon, dass die fünf Minuten jetzt schon mal um sind, ne? Äh, nein, noch nicht ganz. Ne? Ja, sicher. Weil sonst penne ich hier nämlich drauf ein. Ja? Ja. Ja gut, so allmählich habe ich das Problem aber auch. Das ist nicht gut. Das ist absolut gut. Aber ich baue ja eigentlich auch nur hier gerade. Ne, mache ich nicht. Ich baue ja hier gerade auch nur. Und deswegen halte ich relativ meine Schnauze gerade. Dann kriege ich da ein bisschen mehr Strom. Ähm, aber die Baumfarm nehme ich auch noch weiter. Ja, ja. Habe ich jetzt alles hier so hingestellt. Keine Ahnung. Output zwei. Output vier. Ich habe hier wortwörtlich so ein Steg gemacht. Output sechs. Da, wo die Insel hinkommen soll. So. Dann kann nämlich über Nacht die Bank laden auf eine Million. Mhm. Output sieben. Acht kriege ich da rein. Dann können beide laden, ne? Mhm. Das heißt, nein. Es geht darum, dass wir einen Whetstone haben. Du langsam. Weil dann, mit einem Whetstone können wir mehr viel Strom produzieren. Aber wir können jetzt nicht viel machen. Das wäre ja relativ eine Baumfarm. Mhm. Und die Baumfarm her, lass die laufen. Die hat ja sowieso fast schon massenweise mit Leid. Ja. Ich würde mal in den noch. Ja. Jetzt hat sie wieder vier Stacks da. Oder ist wieder... Ja. Ja, okay. Wenn der arbeitet, dann geht der Strom schnell runter. Schon klar. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn der einmal wieder weg ist, dann ist er wieder da. Die Batterie ist eh voll. Hier die... Oh, wo ist er denn nicht runter? Die LV. Die kleine. Okay. Minus zwei. Nur fünf gehen. Vier. Ah, es wird dunkel, ne? Ah, deswegen. Noch wieder. Deswegen geht der Strom runter. Jetzt geschlossen. Passt. Dann würde ich sagen, wir bänden hier. Aber mach's doch noch weiter. Einen Moment. Ich bin gleich da. Muss halt hier die Plattform dort mal ausleichten. Also, sonst mal herkommen. Ja. Muss doch irgendwas essen. Na, zumindest Plattform ist das nicht. Das ist halt erst mal ein Steg. Mhm. Na, sehen wir. See you. Warum läufst du so langsam so gefrisst? Ich wollte schon fragen, warum läufst du so langsam? Weiß nicht. Hallo. Oh, Alter. Hey. Fertig? Und ich fertig. Achso. Oben mal klicken. Ähm. Haben wir noch was da drinne? Ja, ja. Arme kleine Schweine. Die sind auch fertig. So. Zack. Hier. Bereit nur? Ja, hier kommt Zäune rum und das ist einfach nur erstmal ein Stück zum Laufen. Ah ja. Deswegen. Kommt Zäune noch ran? Ich habe echt Langeweile manchmal, ne? Ich finde ihn... Das ist aber nicht gleichmäßig hier. Ja, oder? Ja, das ist egal. Das kann ich auch nur am Ende. Das ist nicht so schlimm. Ich musste hier nur die Ecke ändern. Ja, passt aber. Ja, ne? So, Botania war sowieso groß, ne? Sowieso groß. Ja, Botania ist groß. Das ist weit entfernt, ist ganz gut. Oh. Passt doch. Hm. Na, klein checken. So, ich habe es gleich geändert. Jetzt ist das gleichmäßig. Noch ein paar Eier. Na, ihr Schweine. Na, ihr Kühe. Wie geht's euch? Aber ich glaube, ich ziehe ihn eh noch ein bisschen weiter rüber noch. Ja gut, das musst du gucken. Und dann fange ich halt an, groß zu bauen. Wie gesagt, hier kommen noch die Zäune noch, bis zum Ende dann hin. Dass man hier nicht gefahren läuft, doch noch auszusehen runter zu laufen. Äh, will ich auf jeden Fall machen. Wenn man einmal, guck mal, wenn man einmal so macht das Sinn. So, wupp. Dann ist man unten. Dann ist man richtig schnell unten. Wie gesagt, wenn das jetzt über Nacht läuft, ich glaube, dann kommt genug zusammen. Hm. Jetzt gehen wir noch einmal pennern. Pennen, 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 pennen. Lieg. Wenn wir dann jetzt gleich nur Mittagssonne haben, dann muss man mal eben gleich das Ding einstellen. Ja, können wir gleich machen. Jetzt kann man bin nicht lang. Muss ja nicht dunkel sein. Nee. Das ist ja egal. Nee, dann bleibt das hier nämlich vorne. Mhm. Kann also auch über Nacht laufen. Das läuft über Nacht. Die läuft voll. Da ist Kohle drin. Na gut. Bis die volle Szene F dauert auch lange. Die Segment ist sowieso voll. Naja, Lois-Milter. Ist ja momentan nix drin. Naja, Lois-Milter meine ich ja. Ähm. Warte mal ganz kurz. Wupp, wupp. Nochmal kurz den Trichter voll machen. Wupp. Ich spring hier immer runter. Da hat uns ein Küper aufgetaucht bei der Plantage. Wupp. Wupp. Okay. Der Trichter voll. Na gut. Dann würden wir sagen, wählen wir hier die Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal bei Skype. Ciao, ciao.